Häh? Nicht getschilt. Was lag man die? Alter schreck mich nicht so! Sorry! Sorry! Ok... Na ich hab echt keinen Stein mehr. Ok. Ich hatte vor ein 4 Stacks aber die sind ja nicht weg. Alter! Ich hab gedacht die kommen. Ich kann mal sagen in Skype. Ne ok. Geh mal ins neue Major. Ja ich hab schon alles hingeschmissen. 5 Sekunden noch ein bisschen. Wenn du siehst sag Bescheid. Ok. Dann tschüssi sie mit der Kanone ab. Oh fuck! Oh fuck! Leute! Malita so du hat gesponnen! Fuck it! Duuuu! Ja Malita so du hat gesponnen! Oh! Jaja. Ist so. Guck Aufnahmen an! Ich hab gesneakt. Egal wie fingen die sowieso. Alter! Genau wenigstens was hasse ich Minecraft. Hm. Wenn du hochkommst dann nehme ich das Wasser weg ne? Jaja warte. Hast alles doch wieder? Schuhe fehlen mir. Ja mein Schwert. Ja mein Schwert. Hab ich nicht. Doch da ist es! Boah! Ich hab schon gedacht. Meine Güte. Aber meine Schuhe fehlen. Ich guck mir grad um weil die Items von mein Geschwister... Ich muss mir noch die Uhr machen. Komm lieber bevor die hier ankommen. Und dann fühlst du dich von hinten ne? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö die Welt aufpassen so er war immer noch nicht sie sind aber nicht wollen sie sich hier auch ohne Platz die haben gesagt finale bis er mit Basisbord Aja aber es ist eigentlich gar kein Hornbettel dann aber ich hab's ich hab zwar schon aber nicht verzaubert okay passt ja passt so ich geh jetzt lieber nicht mehr an den Rand ne würde ich nicht umstehen fuck it man und gleich fällst du noch mal runter ne das wärs sind da what the fuck schau nach unten ja aber unter euch ach bauen wir bitte den Stein hier ab nicht was dass wir da rein fliegen ähm ich glaube die sind ähm alter probieren wir haben keinen Bock auf was lange rum zu spielen ich hab auch in real life so die sind aufhören nicht unter uns nach dem Berg hm nein sicherlich sicherlich nicht wir haben ja der ganze Spawn soll eine Landmine sein ah sehr interessant finde ich auch sollen wir es mal umgucken komm wir gucken uns um komm runter meine Güte ja hast du essen ich hab was ja ja ich hab auch was okay Achtung jetzt auf Druckplatten achten ja ja ich sehe aber immer noch nichts ich auch nicht das ist alles nur eine Lüge wetten ja nur damit wir von oben runterkommen ne ja jetzt nicht da rein nicht da rein sonst kommt sie gleich noch dann kommen wir da alles ganz gechillt hä nicht gechillt was labern die alter schreck mich nicht so sorry alter ich hab gedacht junge sich irgendwo drauf gedacht sorry sorry macht nix passt schon alter hohohoho fuck naja ich sehe jetzt nicht von der Landmine äh ich auch nicht ja und spawn ja wir sind am spawn und euch komm mit komm sollen wir uns runtergraben ähm wir gehen hier mal hier durch irgendwie runter ja ich folgte einfach wir haben fliegenden Ding im Himmel oh lol hä wie genau da drunter wir haben sie nach ganz oben gebaut oder nein ist ja unter uns das und bei den fliegenden Ding im Himmel ah warte mal was fliegt denn hier nimmel hm wir sind eure Feste vielleicht bei unserer Festung ach komm mit jaja kann sein lass uns mal hingehen k kette konnte auch ein Spaß das wäre es jetzt und dann kann ich schon mit Kanonen abschließen hohoho kommst mit naja hatte schon Angst aber wieso unter uns das ist doch nicht unter uns und das ist auch nicht am spawn nee das ist ja das verwunderliche sind die da warte nee wo sind die hä WTF WTF welches fing der Ding mehrwoche ah ich weiß vielleicht komm mit komm mit komm mit komm mit warte da unter dem Kreuz unter welchem Kreuz WTF was redet der ihr seid am falschen OO hä fliegerspawn ja ja auf den Berg da ist aber der spawn da ist der spawn da ist der spawn hä was was verstehen die unter spawn weißt du was mir Angst macht mhm Sironic schreibt nicht mit was 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 das ist was soll das ist doch wo da habe ich gerade Namen gesehen lass sie hingehen da drin die sind in den Berg drin okay lass hingehen komm und wenden ich habe eine Idee da sollten wir nicht reingehen lass mich raten die haben da voll viel mit TNT gemacht sobald wir uns zu den Graben zünden sie das TNT aber natürlich ist da nur einer drin weil die zwei Leben haben Hä da ist nur einer drin also haben sie noch mehr Leben da ist doch niemand what the fuck weise kreuz ja spawn kreuz ich weiß schon was er meint okay komm mit komm mit aber jeden hast du den Namen gesehen hier oben weiter hier auf der Ebene wo ich gerade den Gruppen okay da gehe ich in Warte bleib du weg bleib du weg vielleicht die sind da oben ne 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 sind sie nicht ja ich hab gedacht du hast einen Namen gesehen warte ich guck mal nach oben ja und ich geh das mal rein ne ne so sie nicht da rein zu Graben ich komm wieder komm mal mit wo bist du? ja und nein hast du was zu essen für mich? eh gleich ja gut hä hä WTF, wo sind die? hä 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 das heißt meine güte wenn die bei den commandblocken sind das war da eigentlich verboten ne oder ja nicht aber man baut sich da noch nicht hoch ich hab jetzt nicht ne Wickelstift weil wir da commandblock und so weiter sind das wäre ja kacke aber ich hab geschrieben unter euch ja ja deswegen ist es ja irgendwie komisch warte schreibt mal seid ihr über uns oder unter uns warte mal ich hab ich baue mich jetzt einfach mal da hoch okay ja und pass auf hm du sollst euch wieder Wasser platzieren okay wäre cool ich hab einen Rückschluss einschleitert das ist cool ptf ach wahrscheinlich wenn ihr mit Landmine das hier TNT von oben fallen lassen ähm ich hab nicht genug Blöcke kannst du mir Blöcke geben ich hab auch gar keine na scheiße was da einfach mal hochschießen wobei das geht gar nicht dann würdest du wahrscheinlich noch dich selber treffen warte geht das schaut die Kanone nach oben warte ja ganz nach oben ja soll ich versuchen mir egal mach was du willst oh Leute ist gar nicht geladen ach manu okay Achtung ich versuche es hm renn 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 war so klar so weit reicht sie nicht ich hab noch Sand ich? hm sie sollen mir was schreiben geht dann hören sie auf zu sneaken grabe ich das einfach kurz hoch meine Blöcke reichen dafür ne reichen niemals im Leben ok hä und war the fuck sollen wir uns einfach mal in die Höhle graben in den Berg ok ok wir sehen nicht aus wir sehen euch die ganze Zeit hm btf schau dich mal komplett um mach ich grad zuhören komm wir kam uns einmal darunter nee sie sind ja nicht in der Erde naja du hast du Namen gesehen sie sind uns ja nicht die ganze Zeit sehen aber das haben wir gesehen ja aber so können sie uns ja nicht die ganze Zeit sehen außer die Namen na die Namen vielleicht meine das ist ey komm es ja langweilig jetzt nee dann könnte was könnte noch eine Möglichkeit sein hm 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 guck ich mal genau um doch wirklich jetzt wieder ist ja langweilig ich grabe jetzt einfach mal in den Berg scheiß drauf ja sie sind aber nicht im Berg meine Güte aber sie können uns einen Namen sehen meine Güte das muss ja nicht ich hab gesagt vielleicht ja aber es muss aber wer ist das keine Ahnung hast du ihn gewarnt ja 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 ich soll es einfach mal sagen wo es ist hier damit wir mal ein Battle machen können und zum Ende kommen es ist eine Landmine meinen sie ja interessant hm 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 wo sind die hm 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 gut ist der tag hm 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 5 5 4 4 4 5 3 4 5 Vielen Dank.